Markus präsentiert Teil 1 Klasse Vier Jahre danach Mit zwölfter stimmelt er im Keller und kommt dort nicht mehr raus Dort macht er jetzt nur noch Tricks Endlos Tricks Seine Cousine verschwindet und das Meer schweint und fliegt Er klettert ins Baumhaus und verschwindet Im Kellerraum macht er Flugversuche Die Freunde sind ein Teil einer abgedrehten Show Die Kamera hat er immer bei sich Er zerteilt seine Freunde in Nembenteile und mit Gesetze durchbrechen Verwandeln ist Standard Seine Eltern helfen ihm jederzeit Sein Bruder ist mit sechs Versuchskaninchen und lässt alles mit sich machen Möse Sein Bruder ist mit dem N bas Applaus